Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind, auch bei dem schönen Wetter draußen. Und natürlich freue ich mich auch, dass die beiden Referenten heute wieder die Zeit für uns gefunden haben. Markus Ruhner und Thorsten Eberhardt. Eberhardt, schönen Abend an der Stelle auch noch mal offiziell. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wie immer, bevor wir dann auch tatsächlich mit dem Webinar starten, einmal der Risikohinweis, denn ja, dieses Event dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen und dürfen das Seminar bitte nicht als Handels-Empfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig, ja. Sehr gut. Wenn Sie sich die Aufzeichnungen anschauen, dann können Sie natürlich gerne kurz pausieren hier an der Stelle. So, meine Herren, wer kriegt zuerst den Bildschirm? Markus nehme ich mal an. Nein, Thorsten hat mich der Markus vorgelassen. Ja, genau. So soll es sein. Ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Super. Dankeschön. Welchen Bildschirm könnt ihr jetzt sehen? Seht ihr meine TWS oder seht ihr jetzt hier das von GoToWebinar? Von GoToWebinar. Okay, dann weiß ich jetzt, zu welchem Bildschirm ich hier wechseln muss. Eine Sekunde. So, jetzt dürftet ihr meine Präsentation hier sehen. Korrekt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir haben heute Teil 2 Optionshandeln mit System in jeder Marktlage. Auf der linken Seite, mein Kollege, der Markus Runau, auf der rechten Seite. Das dürfte dann ich sein. Und wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Systemen, mit Plänen etc. Und da wollte ich auch direkt mal ein Subthema ansprechen, was meines Empfindens nach sehr, sehr wichtig ist. Und da wird der Markus mir gleich auch bestimmt zustimmen. Ja, den Risikohinweis, den hatten wir ja gerade schon. Ich nehme mal an, den bräuchten wir jetzt nicht doch mal zeigen, sondern wir starten direkt jetzt mit dem Thema, worum es geht. Es geht um den Cashflow und zwar, dass man den doch planen soll. Ja, was meine ich jetzt mit Cashflow? Mit dem Handel von Optionen können wir regelmäßiges Einkommen, also Cashflow generieren. Ja, wir haben ja vermehrt die Rolle des Stillhalters. Was bedeutet, dass wir Optionen verkaufen? Und durch den Verkauf der Optionen vereinnahmen wir Prämien. Und diese Prämien, die möchte ich doch gerne planen. Ja, und wie gerade gesagt, im Fokus, da ist die neue Maus, im Fokus steht das Stillhaltergeschäft. Gerade erklärt, Vereinnahmung der Prämien durch den Verkauf von Optionen. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum wir mehr auf die Stillhaltergeschäfte uns konzentrieren. Zum einen ist der Zeitaufwand moderat, also der kann moderat sein. Sprich, das ist kein Fulltime-Job, sondern auf jeden Fall neben dem Beruf möglich. Das ist natürlich schon mal ein gutes Argument. Das heißt, das ist für jeder Mann machbar. Der nächste Punkt ist einfach die hohe Trefferquote. Bei den Geschäften, die wir tätigen, da redet man auch häufig von High Probability Trades, also Trades mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es Gewinner sind. Und das ist natürlich auch für die menschliche Psyche ganz angenehm mit Gewinnen. Da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, kommen wir besser zurecht als auf Dauer mit Verlusten. Der nächste Punkt, und das ist auch wichtig, das ist ja auch in dem Titel unserer Webinarreihe mit inkludiert, nämlich in jeder Marktphase hier umsetzbar. Das ist natürlich wichtig. Sprich, nicht nur in aufwärtsgerichteten Märkten können wir profitieren, sondern auch in Abwärtsmärkten als auch in Seitwärtsmärkten. Und das ist natürlich dann auch in der Umsetzung sehr variabel. Wir haben nämlich ganz, ganz viele Märkte, in denen wir traden können. Die meisten kommen ja ursprünglich aus dem Aktientrading und gehen dann in die Optionen. Dann tradet man natürlich auch gerne Optionen auf Aktien, aber man kann auch Optionen auf ETFs traden. Man kann auch Optionen auf Futures traden. Da unterscheidet man auch noch zwischen den Financial Futures. Das ist zum Beispiel jetzt, wenn man eine Option auf den ES, also auf den S&P Future tradet. Man kann aber auch auf Rohstoffe traden. Das ist ja das, was ich also auch ganz gerne mache. Das heißt, ich trade dann Optionen auf Rohstoff Futures. Auch wirklich ein schlagendes Argument ist die überschaubare Komplexität. Man kann natürlich alles sehr komplex machen. Ja, der ein oder andere, der hat mehr Lust auf Komplexität. Aber das zeigt ja auch der Trade Scanner von Markus. Das sind ja im Schnitt eine Handvoll von verschiedenen Optionsstrategien, die definitiv ausreichen, um auch regelmäßig Prämien zu vereinnahmen. Und wichtig hierbei natürlich auch, wenn die Komplexität überschraubar ist, dann verliert man natürlich auch weniger schnell die Übersicht. Wir müssen natürlich eins im Fokus haben. Das ist die hohe Trefferquote. Die ist definitiv vorhanden. Aber die Prämien im Vergleich zu dem Risiko, und das darf man hier auch nicht vergessen zu erwähnen, die sind an der einen oder anderen Stelle doch weniger hoch. Das heißt, wir verdienen relativ wenig Prämie. Und deshalb müssen wir auch ein bisschen öfter und mehr traden, um auch einen ordentlichen Cashflow zu bekommen. Das ist jetzt ein Diagramm, so wie ich es mir vorstelle. Zu Beginn eines Jahres mache ich es genauso wie als Unternehmer eine Umsatz, eine Absatzplanung. Der ein oder andere von den Zusehern, der kommt wahrscheinlich auch aus dem Konzern. Und da ist natürlich die Umsatzplanung essentiell auch für den Erfolg. Und genauso sehe ich das jetzt hier im Optionshandel, dass man sich vielleicht mal die Unternehmerbrille aufsetzt und überlegt, wie viel möchte ich in dem Jahr erreichen? Und dann hat man eine Zahl, die nimmt man für das ganze Jahr und bricht diese dann in die Monate runter. Sodass wir hier auf der einen Seite, das sind die dunklen Balken, den monatlichen Cashflow haben und der hellere Balken, das ist der kumulierte Cashflow, dass wir am Jahresende auch unser Ziel erreichen. Wir haben bei uns bei Options for Winners einen Club und in dem Club haben wir auch eine Zielrendite. Ich bin da auch relativ transparent. Was ist relativ? Ich bin da transparent. Ich gehe mit 1% im Monat ins Rennen. Das heißt, ich erwarte im Jahr 12% Rendite. Das ist meine Zielrendite und die versuche ich über die Monate zu erreichen. Sprich, ich versuche jeden Monat 1% an Cashflow mit dem Verkauf von Optionen zu erzielen. Und da gehe ich auch sehr, sehr konservativ ins Rennen. Das heißt, ich habe den ganzen Monat Zeit und das bedeutet auch, ich brauche jetzt nicht unbedingt am Anfang des Monats einen Riesenaufwand treiben, sondern ich plane immer wieder in die Zukunft. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass ich eine Option mit einer Laufzeit von 60 Tagen verkaufe und meine Erfahrung mir zeigt, dass ich im Schnitt nach der Hälfte der Laufzeit diese Prämie, die ich mir laut Regelwerk gesetzt habe, erreicht habe, dann ist das natürlich auch so, dass ich diesen Trade für den folgenden Monat mit einplane. Und das mache ich dann sozusagen mit all meinen Trades. Ich habe früher immer Anfang eines jeden Jahres einen Tesla Trade gemacht und dieser Tesla Trade, der ging von, also ich habe den im Januar eröffnet und ich habe Verfall Ende des Jahres gemacht. Das war halt ein Lieber, eine langlaufende Option. Und die hat mir im Schnitt immer, da kann ich mich gut daran erinnern, 500 Dollar gebracht und das war auch ungefähr die Jahresgebühr für mein Fitnessstudio. Und so bin ich immer wieder auch auf Optionen gestoßen, weil ich gemerkt habe, ich kann die Optionen direkt verwenden, um schlussendlich auch meine Ausgaben damit zu begleichen oder vielleicht sogar auch Kredite mit zu bezahlen. Das ist natürlich ganz nett, wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, man kauft sich eine Immobilie, eine Wohnung und hat beispielsweise eine Abtragung, also eine Zahlung des Kredits von monatlich 300 Euro. Dann kann man natürlich auch überlegen, kriege ich das vielleicht sogar über meine Optionen hin, dass ich mir dann schlussendlich eine Wohnung mitfinanziere. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann merkt man auch, wie toll doch der Optionshandel ist, dass ich da wirklich was Festes in der Hand habe. Weil beim Optionshandel und bei dem Verkauf der Optionen hat man den Vorteil, dass die Gewinne begrenzt sind. Jetzt sagt man natürlich, das ist jetzt aber, was ist denn daran der Vorteil? Sky Slim ist doch viel, viel besser als mit unendlich hohem Gewinn. Nein, das ist deshalb nicht besser, weil viele Leute tun sich schwer, dann rauszugehen. Das heißt, die haben halt keine richtige Grenze, wenn sie sagen, hier schließe ich den Trade. Und das ist bei der Option, wenn man eine verkauft, schon mit der Prämie dann begrenzt. Das ist der maximale Gewinn. Und so kann man natürlich auch wirklich hier gut planen. Und ein Ziel sollte definitiv sein, dass man stetig eine stetige Aufwärtsentwicklung hat. Lieber klein und stetig als groß und dann wieder weg, sondern immer wieder eine Stufe höher geht. Und eben noch erwähnt, Zielrendite ist für mich hier essentiell. Markus, hast du zwischenzeitlich da was zu anzumerken? Ich mache das ja ähnlich, dass ich auch schaue, hier mit ganz kleinen Zielen immer dann zu arbeiten. Ich glaube, wir sind da ziemlich ähnlich, dass wir sagen, so um die 60 Prozent. Verfall einer Option, da sind wir glücklich und dann einfach das Nächste machen. Einfach stur, immer langweilig, ein Trade nach dem anderen und dann kommt eben eine schöne stetige Kurve hin. Wobei auf der World of Trading war da die Diskussion, hast du denn hier eine Performance-Kurve? Und dann, das ist ja eine Gerade. Ja, das ist natürlich aber genau das, was wichtig ist zu verstehen. Dass man, wenn man konservativ ins Rennen geht, auch dementsprechend nicht allzu hohe Profits macht. Ich backe lieber kleine Brötchen, aber ich habe dann die Brötchen und mache das sicher und immer wieder. Und selbst später, wenn man größere Konten tradet, da kann ich nur ein Zitat, das ist der von Dr. Dr. Zittelmann, der sagt es ja auch. Ja, der ist ja hier dieser Immobilienmann, dass ab einer gewissen Kontogröße der Kapitalerhalt an erster Stelle steht. Ja, und dann das Wachstum. So eingegrenzt würde ich das jetzt nicht sehen. Aber trotzdem, denn man darf eins nicht vergessen, dass jeder Verlust, den man macht, dem Trader, dem Optionshändler, Werkzeug wegnimmt. Aber mit jedem Dollar, den man oder jedem Euro, den man zur Verfügung hat, kann man halt mehr traden. Und das ist natürlich dann auch wichtig zu wissen, dass man da auch sehr sensibel mit umgeht, mit seinem Risiko und Money Management. Ja, wie gehe ich jetzt da vor? Das ist bei Markus auch das Gleiche. Man hat natürlich und hier mit einer Strategie, die pro Trade 100 Dollar bringt. Das heißt, ich bekomme für jeden Trade hier, jeder schwarze Block ist sozusagen ein Gewinner und der Graue, das ist ein Verlierer. Mein Regelwerk hier hat gesagt, ich gehe bei 75 Prozent Gewinn raus. Deshalb 75 Dollar Prämie im Gewinn. Und auf der Verlustseite gehe ich bei 200 Prozent raus. Das heißt, wenn ich 100 Dollar Prämie bekomme, gehe ich bei minus 200 Dollar dann raus. Das sind meine Verluste. Und die Statistik und auch meine Dokumentation, die ich dann führe, hat mir gezeigt, dass ich im Schnitt 80 Prozent Trefferquote bei dieser Strategie habe. Und dann sehe ich am Ende, wie viel habe ich im Monat in Summe Profit gemacht. Und das sieht man hier. 400 Dollar war die Prämie, die man erzielt hat. Bei, und das ist jetzt wichtig, bei was für einer Prämie, die man originär verdient hat. Man kriegt ja die Prämie immer direkt zu Beginn. Das sind ja jetzt hier 20 Trades und 20 mal 100, weil jeder Trade hat ja zu Beginn 100 Dollar gebracht. Sind dann sozusagen 20.000 Dollar, die man an Prämie verdient hat. Wobei am Ende des Monats 400 übrig geblieben sind. Und 400 von 2000, das sind jetzt 20 Prozent. Und damit kann ich natürlich jetzt wieder planen. Wenn ich dann sage, die Strategie A bringt ungefähr 20 Prozent von der eingesetzten Prämie in Profit. Dann kann ich das natürlich für meine Cashflow Planung gut verwenden. Und das sind dann halt wirklich auf Basis meiner Erfahrung, auf Basis meiner Trades, habe ich dann das hier auch umgesetzt. Und das kann ich natürlich dann, wie gesagt, verwenden für meine Planung für die Zukunft. Und das ist halt ganz wichtig. Ich muss das wirklich planen. Es muss jetzt nicht ins Stein gemeißelt sein, aber es sollte auf jeden Fall so sein, dass ich jetzt hier mit unterschiedlichen Strategien unterschiedliche Blöcke an Prämien generiere, sodass ich am Ende auch die Zielrendite erreicht habe. Und ich habe jetzt einfach mal exemplarisch ein paar grüne Prämien sozusagen hier drauf gesetzt. Das sind die Prämien, die ich mit den unterschiedlichen Strategien verdient habe. Und dann weiß ich, aha, okay, ich schaffe es, damit 500 Dollar zu generieren. Und das ist etwas, wo ich dann sage, das kann ich dann immer und immer und immer wieder machen. Und da habe ich dann die Substanz. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich alles verplane. Das sind natürlich Strategien, die kommen spontan. Ja, wenn ich jetzt irgendwas sehe am Chartmuster, da ist gerade was wirklich Attraktives, was jetzt keiner Strategie hier zugehörig ist, dann mache ich das natürlich trotzdem. Das ist klar. Nur wichtig ist einfach, dass ich einen Großteil meiner Substanz, welche ich im Monat erzielen möchte, schon vorher verplanen. Damit ich auch wirklich erfolgreich weiterkomme. Die Empfehlung 3612, was soll das heißen? Ich würde mit der Zielrendite, also wenn man anfängt und hat noch nicht mit Zielrenditen gearbeitet, würde ich am Anfang immer die Hälfte der für sich selbst festgelegten, erwarteten Zielrendite nehmen. Sprich, wenn man ein Prozent hat, würde ich drei Monate 0,5, dann sechs Monate 0,75 und dann zwölf Monate eins. Und wenn das wirklich alles erfolgt ist, dann kann man natürlich auf der einen Seite die ein Prozent natürlich vortragen oder sagen, ich kann jetzt was ändern. Aber dann hat man sich schon mal so eingefahren. Dann hat man auf jeden Fall sich selbst schon gezeigt, dass man das schafft. Und das kommt halt nur, indem man es auch wirklich macht und nicht vor sich hinschiebt, sondern einfach jetzt sagt, morgen fange ich an für den März zu planen und ich gucke mir mal an, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Jetzt führt der ein oder andere keine Dokumentation, kein Trading Journal, aber man kann natürlich auch bei der Trader Workstation, das ist ja die Handelsplattform, die uns hier auch FX Flat zur Verfügung stellt, wo wir ja traden, kann man den Handelsverlauf sich angucken. Man kann aber natürlich auch in die Kontoverwaltung gehen und sich da die Reports, die Berichte rausziehen und dann auch mal gucken, was man in der Vergangenheit gemacht hat, weil die wenigsten wissen wirklich, besonders die, die viel und planlos traden, was alles gemacht wurde und was nicht. Was einem wesentlich auffallen wird, ist, dass man unbewusst schon immer irgendwelche Strategien dauerhaft führt und immer die gleiche Prämie im Schnitt erzielt. Das ist mir aufgefallen aus meiner Erfahrung, als ich früher noch Einzelcoaching gemacht habe, dass bei vielen doch mehr Plan ist, zwar unbewusst als selber gedacht. Die meisten sagen immer, ich bin planlos, ich weiß gar nicht, was ich mache, aber da ist schon, also diese Routine, die kommt irgendwie und das muss man halt dann einmal dokumentieren und dann auch ein bisschen gezielter vorantreiben. Der nächste Punkt, dass die Rendite, dass man da erstmal tiefer schießen soll. Man kann mit dieser ganzen Strategie natürlich auch mehr Rendite machen, aber es ist immer sicherer, erstmal ein bisschen tiefer anzufangen und dann diese Konstanz reinzukriegen. Ja, definitiv, aber ich meine Markus, den Marathon, den fängst du ja auch nicht. Also wenn du als Ziel einen Marathon hast und du bist untrainiert, dann versuchst du ja auch nicht direkt am Anfang die 42 Kilometer zu rennen. Fängst du ja auch an. Und genauso würde ich das auch machen, weil, und da sind wir wieder bei der Psyche und das kann man halt nicht oft genug sagen, Man muss Selbstvertrauen bekommen, ja, man muss sich das selbst auch zutrauen, dass man es kann und das kriegt man, long story short, kriegt man wirklich nur hin, indem man sich auch Ziele setzt, die man erreicht. Ich weiß, alle sagen immer, mach Ziele, die man nicht erreicht, dann gehst du ganz weit rein. Das ist beim Trading hochgradig gefährlich, ja, weil dann macht man mal was und das geht voll in die Hose und besonders dann, wenn man in den Anfängen ist, dann lässt man es nachher sein, schiebt alles auf den Markt. Dabei lag das an der eigenen Person. Deshalb bin ich auch voll bei dir. Ich würde immer mit kleinen Zielen am Anfang anfangen und nach dem Plan 3.6.12 ist es ja genauso, dass das halt eine längere Story ist, die man leider gehen muss, bevor man da auch wirklich gut wird. Natürlich gibt es welche, die trauen sich sehr viel zu und können das auch machen, wenn es klappt, alles gut. Ich rede aber davon, dass der Mensch einfach auch eine Gewohnheit braucht und die er nur dann bekommt, wenn er auch stetig dieses Ergebnis auch bestätigt bekommt. Und hier beim nächsten Punkt, Punkt 3, nur replizierbare Strategien mit klarem Regelwerk. Ja, replizierbar, ich will einfach nur Strategien, die ich halt immer wieder holen kann. Ja, ich will jetzt keine Strategie, die jetzt ein Maßanzug ist, welchen ich nur trage, wenn ich das Gewicht von 73,2 Kilo habe und Schulterbreite von 1,10. Nein, also, sondern ich will wirklich hier etwas haben, was ich immer und immer wieder machen kann und natürlich mit einem klaren Regelwerk. Es soll nicht so sein, dass man sich bei jeder, bei jedem Trade die Frage stellen muss, was mache ich, wenn das so ist, was mache ich, wenn das so ist. Sondern von vornherein, du hast es gerade gesagt, bei dir in manchen Strategien mit 60 Prozent rausgehen. Bei mir sind es bei paar Strategien mit 50, bei manchen mit 75, dass man das aber auch klar weiß. Die Fragen sollten vorher geklärt werden, nicht nachher. Und da sind wir auch beim nächsten Punkt. Man sagt zwar, Gewinner erkennt man am Start, Verlierer auch. Ja, aber den richtigen Gewinner erkennt man nachher, wenn derjenige auch weiß, was er machen muss, wenn das Underline, also da, worauf man tradet, mit den Optionen gegenein läuft. Nützt ja nichts, wenn man zum Zeitpunkt X, wenn man ein Trade eröffnet, ist super Wetter, alles toll, aber wenn es regnet, ja, dann weiß man noch nicht mal, wie man einen Regenschirm aufkriegt. Geschweige, man hat vielleicht gar keinen Regenschirm. Das muss natürlich vorher geklärt werden. Und das sind Erfahrungen, die muss man machen und deshalb immer lieber einen kleineren als einen größeren Schritt gehen. Genau, und eine Strategie ist ja von dieser, wie geht das im Markt los, dass ich erstmal sehe, wo stehen wir, was für Strategien eignen sich heute bis zum Ausstieg. Also immer von Gedanken an einen Trade bis, wie habe ich den abgeschlossen und trage den ein und freue mich dann darüber. Und ich muss auch im Prinzip immer den Worst Case mit beschäftigen, also was mache ich, wenn es gegen mich läuft. Wenn es gut läuft, kann es gehen. Genau, und dann muss ich da was machen oder eben nicht. Und da sind wir ja bei einem Punkt, warum ich auch ein Freund vom System bin. Also jetzt beispielsweise dein Tool, das entkräftet teilweise auch die menschliche Schwäche. Also auf der einen Seite die Entscheidung ist manchmal sehr, sehr emotional. Die wird dadurch in Anführungszeichen von Trade Scanner dann übernommen. Und auf der anderen Seite, man bekommt schon was vorserviert, was laut einem geprüften Algorithmus ja okay ist. Richtig, genau, da kommen ja mehrere Sachen mit rein. Das ist da auf der einen Seite, was sagt die Optionskette, wie hoch ist da meine Wahrscheinlichkeit und dann eben auch die Chartanalyse. Viele, wo ich auch weiß und da habe ich ja auch schon Webinare gezeigt, hier Kelly-Kriterium, wie hoch ist da meine Trefferquote, wenn ich dann sage, ich handele einen Turning Point mit einer Option. Da komme ich halt ganz schnell auf über 90 Prozent, einfach weil das die Regel und die Statistik so macht. Das klappt nicht immer, aber zu 90 Prozent schaffe ich das dann locker. Genau, und das ist so wichtig, einfach zu wissen, was ich tue und dann immer das Gleiche tun. Ja, immer das Gleiche tun und das ist auch das, was du eben gesagt hast. Langweilig ist zwar negativ konnotiert, grundsätzlich, aber in dem Zusammenhang bin ich voll bei dir und würde auch sagen, es sollte möglichst langweilig sein. Das sind so Punkte. Ich meine, je erfahrener man ist, umso mehr schätzt man wahrscheinlich auch die Langeweile im Markt manchmal. Ja, weil es gibt viele Dinge, die sind absolut nicht langweilig. Meine andere Frage, was hältst du eigentlich von diesem Null-DTE? Ich halte recht wenig davon, ehrlich gesagt, weil das ist für mich einfach mehr oder weniger eine Zockerei. Also ich, du kannst natürlich immer sagen, also Null-DTE steht immer für diese, am Tag des Verfallstags die Optionen zu machen. Also meistens sind es ja Strangles, das heißt, dass du einen Put und einen Call gleichzeitig verkaufst und dann hoffst, dass er in der Range bleibt. Ja, das mag ein paar Mal gut gehen, aber ich bin da wirklich kein Freund von, weil das mir nicht liegt, ehrlich gesagt. Ich will ja auch nicht die ganze Zeit davor sitzen. Ich will ja entspanntes Traderleben hier haben. Also da sind wir auch bei einem Punkt. Dann nochmal hier zu den Strategien. Also jetzt hier in meinem Club, da haben wir alle Strategien. Da machen wir auch Null-DTE, noch heißt es Tagesschau-Trade, bis wahrscheinlich bald mal ARD auf mich zukommt. Aber da machen wir auch alles. Aber da sind wir genau bei dem Punkt, wo du gerade sagtest, das passt nicht zu dir. Und das ist halt auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, der eine, der geht bei sowas auf. Ja, der findet das richtig spannend, toll und auch gut. Man kann es auch mit großen Wahrscheinlichkeiten hinkriegen. Aber die Mehrheit, da bin ich bei dir, die möchte am liebsten wirklich das Stillhaltergeschäft zum Stillhalten nutzen. Dass man da auch möglichst wenig macht. Das ist wichtig, selbst zu wissen, was zu einem passt oder was nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass man es von vornherein ausschließen sollte. Aber ich glaube auch, dass jetzt beispielsweise dieses Day-Trading mit Optionen, das ist ja nichts anderes, dass das nicht für die Mehrheit konzipiert ist. Ja, und was ich auch immer wieder mitkriege, ist so der Ansatz, dass dann Leute sagen, ich habe jetzt hier den und den Wert. Zeig mir doch mal an, was da für Strategien gehen. Das ist ja genau das, was ich eigentlich auch nicht machen will. Weil dann bist du wieder am Suchen und verfolgst nicht einen klaren Regelwerk. Sondern es ist wesentlich besser zu sagen, nee, Computer, such mir raus, wo sind denn die absoluten High-Probability-Trades? Das heißt, wo habe ich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das Ding gut geht? Und das muss ja nicht der Wert sein, den ich jetzt gerade zufällig hier gefunden habe. Kann ja ein anderer sein und den dann einfach machen. Aber Markus, man muss auch sagen, wenn wir jetzt wieder von diesen High-Probability-Trades reden, viele begrenzen das immer nur aufs Delta, was ja falsch ist. Also Delta, für all jene, die das vielleicht zum ersten Mal hören, das ist so eine Sensitivitätskennzahl, einer der großen Griechen. Und die sagt indirekt aus, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man verliert oder dass man gewinnt. Jetzt einfach formuliert, wirklich ganz einfach formuliert. Da gehört aber noch einiges mehr dazu. Da gehört jetzt nicht nur dazu, dass man sich das Delta anguckt, sondern ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man nicht vergessen darf, hier im Optionssandel ist die Volatilität. Ja, und dann, was ich immer sage, ist auch die Trendrichtung zu erkennen. Also, wenn man das nicht sieht. Ja, aber was nützt dir das Delta, was dir die Wahrscheinlichkeit theoretischerweise gibt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass, aber man tradet sozusagen in die falsche Richtung, dann nützt das Delta diese Aussage nämlich auch gar nichts. Absolut. Also Trends erkennen, glaube ich, ist mit das A und das O erst mal damit anzufangen, geht das Ding hoch oder runter und wo sind mögliche Wendepunkte oder sowas. Ich sage immer meiner Tochter, die muss sofort erkennen, ist das ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend mit ihren acht Jahren. Das kann keine große Raketenwissenschaft sein, sondern muss klar erkennbar sein. Das finde ich gut. Also schon direkt die Tochter so reinzunehmen, das ist gut. Was anderes, kann deine Software, wir kennen das ja auch immer, diese Support Resistance, diese Unterstützung und die Widerstände, werden die da bei dir auch eingezeichnet? Ich habe nicht diese klassischen Support and Resistance Areas mit den Hoch- und Tiefpunkten. Also, was ich definitiv noch machen möchte irgendwann, ist ja das, dass ich auch so diese Trendlinien, wie ich sie im Imagina Trader programmiert habe, dann auch mal drin habe, dann sieht auch jeder noch den Trend noch leichter. Aber was ich nutze, ist die Open Interest Levels. Das heißt, dass ich die nächsten 60 Tage sehe, wo stehen denn besonders viele Optionsverkäufe an. Und die Positionen werden ja auch verteidigt oftmals. Und das ist eigentlich das Spannende. Ja, also da kann man vielleicht auch noch mal kurz was zu erklären. Wir haben ja jetzt hier einen Kurs. Und dann haben wir ja, ich sage es mal so, hier unten auf der Seite verkaufen wir Putz. Wenn wir jetzt unser Stillhalter-Geschäft machen und auf der Oberseite verkaufen wir unsere Calls. Und jetzt gibt es ja diese Open Interests. Und diese kann man natürlich auch nutzen, beispielsweise als Antwort auf die Frage, wo soll ich meine Strikes setzen? Wenn man sich jetzt Tesla anguckt, ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt ist, aber war vor kurzem bei 135. Und dann kann ich natürlich gucken, jetzt bis übernächsten Monat, das ist glaube ich dann der 21. April, der Verfall der monatlichen Option, guckt man sich dann an, beispielsweise was kriege ich für eine 135er verkaufte Put-Option auf Tesla. Wenn man jetzt beispielsweise Bullish geht. Hm. So einfach kann man es sich theoretisch auch machen. Beziehungsweise dann eben auch noch sagen, okay, ich gehe noch ein klein wenig drunter und habe noch ein bisschen mehr Sicherheit. Ja, ja. Das kann man auch. Wird ja auch manchmal als Put-Wall oder Call-Wall oder als Hedge-Wall bezeichnet. Und das sind schon wirklich valide Informationen. Der nächste Punkt hier auch, ich habe es nochmal erwähnt, wenn man natürlich was macht, ist es natürlich immer hilfreich zu diversifizieren. Aber ich rede jetzt nicht unbedingt davon, zu diversifizieren von Strategien, sondern natürlich auch auf Titel. Ja, man kann ja jetzt nicht alles nur auf Apple oder auf Tesla oder weiß nicht was machen, sondern auch natürlich in verschiedenen Laufzeiten vielleicht. Das ist natürlich dann auch möglich. Oder Sektoren. Oder Sektoren. Das mache ich auch sehr stark. Ich sage, okay, welche Sektoren sind besonders stark, welche sind Outperformance-Werte, welche gehen besonders gut und dann eher in diese reingehen und dann nicht alles auf einen Sektor. Du tradest also auch viel auf ETFs? Nein, das nicht. Sondern was ich mache, ist, dass ich mir anschaue, welche Sektoren laufen besonders gut und finde ich da drin denn irgendwelche Outperformance-Werte, das heißt, die nochmal besser sind als diese Sektor und gibt es dafür Options-Empfehlungen. Also beispielsweise, du nimmst die Luftfahrt und dann siehst du auf einmal, dass Delta Airline von der Peer Group am attraktivsten ist. Richtig. Und dann suche ich nur noch ein Einstiegssignal und gut ist. Ja, super. Das macht halt dein Leben einfach. Ja. Wenn der ganze Sektor gut läuft und dann Einzelwerte, dann macht es natürlich besonders viel Spaß. Ja, ja. Sehr gut. Ja, sollen wir mal bei dir einen Wert raussuchen, dass wir jetzt sagen, von wegen heute. Heute wurden ja die Inflationskennzahlen in den USA kommuniziert. 6,4, siebter Monat in Folge sind Inflationszahlen gesunken, aber weniger als erwartet. Ja, man hat auf 6,2 gehofft. Und was ja heute zu sehen ist, ist ja ein Hoch und Runter an der Börse. Jetzt sind wir gerade wieder 0,5 Prozent negativ auf den S&P 500. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Ich mache ja immer erst diese Tagesanalyse, Wochenanalyse. Ich komme mal schnell hier rüber. So, jetzt bloß den richtigen Monitor. Wir sehen dein Desktop. Jetzt seht ihr jetzt, oder? Ajina Trainer. Ja, genau. Da sieht man ja erst mal, okay, Wert bildet jetzt gerade ein Doji an. Aber wir haben ja höheres Hoch gebildet, höhere Hochs und höhere Tiefs. Das ist ja erst mal positiv. Ich gehe dann immer erst ins Marktmodell bei mir rein und sehe, dass eben auf den Indizes, wo stehen die, die sind gelb. Das heißt, wir haben hier eine höhere Volatilität als normalerweise. Sind aber eher im bullischen Bereich angesiedelt als im bärischen. Und dann gehe ich hier in die Sektoren rein und dann wird mir sofort gesagt, okay, welche Sektoren sind denn jetzt besonders gut? Und wenn die zu weit oben sind, kann es dann wieder sein, dass es dreht. Das ist ein super Indikator immer. Der war jetzt vor ein paar Tagen, ich gehe mal ganz kurz zurück, da waren die hier zum Beispiel hier oben und dann weiß man, okay, der dreht dann gleich wieder. Dann brauche ich da keine Position mehr aufbauen. Aber wenn ich sage, hier in diesen mittleren Bereichen, zum Beispiel hier im Technologiebereich, kann man sich da was anschauen. Da werden mir direkt die Technologien, Sachen empfohlen, was auch Sinn macht. Das heißt, ich gehe da einfach rein, suche und schon habe ich meine Trades für heute. Da sehe ich dann sofort, okay, was für Werte sind das? Wie gut stehen die da? Dann habe ich hier noch ein Ranking, das heißt, in dem Ding ist es ein bisschen besser. Und schon habe ich hier meine Trade-Empfehlung. Also total einfach. Denn wir sehen sofort den Kurs. Wie haben die Signale das letzte Mal funktioniert? Da sieht man immer, okay, wenn der Pfeil hier war, da war das Signal, die verändern sich nicht mehr und dann ist es immer hochgegangen. Nicht das Dümmste. Dann sehe ich hier nochmal ein Expected Move. Das heißt, was erwartet die Börse entlang der Auktions-, also der impliziten Volatilität, welche Bewegung und wo würde ich mein Put verkaufen? Genau. Und dann habe ich hier meine historische Volatilität und dann sagt er mir, ich habe hier eine Wahrscheinlichkeit von 94,3%, dass der Trade gut geht. Also das ist sehr, sehr einfach. Wenn ich dann noch Communication Services mir anschauen will, gehe ich dann auf hier drauf und dann finde ich hier vielleicht auch noch weitere Werte. Zum Beispiel den hier. Schauen wir uns das mal an. Hier ist es mir ein bisschen gappy. Vielleicht nehme ich mal was anderes. Den anderen. Tim CSA. Das schaut wieder wesentlich ruhiger aus. Macht Sinn. Ich sehe dann sofort hier meine Open Interest Levels, was wir gerade geredet hatten. Das heißt, ich bin hier in guter Gesellschaft auch drin. Weiß, was ich ungefähr verdienen kann. Hier ist natürlich nicht viel. Das sind jetzt 31 Cent, was drin steht. Das kann, da kann ich auch zwei machen. Das geht ja auch. Und dann eben, man sieht es ja dann von der annualisierten Rendite, was setze ich an Margin ein und so. Da brauche ich nicht groß rechnen können. Das zeigt mir eigentlich alles an. Also so gehe ich da vor. Wenn ich jetzt sagen möchte. Ja. Wir können auch noch mal hier kurz zurückgehen. Wir hätten ja hier noch ein paar mehr Consumer Cyclical. War auch noch in der Liste. Können wir uns auch noch mal anschauen. Consumer Cyclical. Aber wieder noch ein paar mehr Werte. Und es wird immer sortiert sofort nach, was kann ich verdienen. Da steht dann nochmal Last Price. Hier ist das vielleicht ein bisschen höher. Genau. Aber ITFs kannst du bei dir nicht raussuchen. Im Prinzip schon. Doch, das geht auch. Genau. Die kann ich mir hier anzeigen lassen. Ich baue das jetzt noch. Die Tage, dass dann auch, zum Beispiel, wenn es ein S&P rausgibt, dass dann auch eine vernünftige Empfehlung hier nochmal reinkommt. Prinzipiell, wenn er hier ein Signal bringt, dann zeigt er die auch an. Das geht schon. Die Wahrscheinlichkeit für Signale im ETF sind einfach oftmals nicht so hoch. Aber das kommt. Und was eben auch noch jetzt dazu gekommen ist, bin ich ganz stolz drauf. Hier können wir nochmal auf den Knopf drücken. Und dann kriegt man jetzt die aktuelle Kerze noch. Und dann wird er auch nochmal hier angepasst. Mit dem Fernwert. Das heißt, man muss trotzdem noch in der TWS schauen, wo stehen wir. Wir sehen das neue Delta, was sich aus dem Preis entwickelt hat. Und dann gehe ich einfach in die TWS, schaue mir das an und sage, ja, mache ich oder meine ich nicht. Aber meistens mache ich es dann. Ich meine, fairer Wert ist ja relativ schwammig. Man kennt das ja von Internetseiten. Da geht man auf fünf Seiten und hat fünf verschiedene fairen Werte. Nach was für einem Rechenmodell gehst du bei dem fairen Wert vor? Ich gehe nach Black Scrolls vor. Genau. Und auf Basis von der historischen Volatilität, die hier auch noch mit berechnet wird. Direkt. Wie machst du es? Also ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so ein Freund vom fairen Wert. Also ich finde es klar, absolut hilfreich. Aber für mich war, also für mich ist das kein Entscheidungskriterium. Nee, ist es nicht. Aber ich sehe dann ungefähr, in welche Richtung sollte der Preis der Option jetzt gegangen. Das kann immer noch ein bisschen anders sein. Das ist klar. Aber man weiß zumindest, okay, anhand der Tage, was noch übrig ist, sollte sie ungefähr in dem Bereich sein. Das klappt erstaunlich gut, wenn man das hier so durchgeht. wo dann oftmals der faire Wert ist. Und also gerade bei größeren Werten, wie eine Intel oder sowas, da sieht man, dass die Unterschiede relativ gering sind oftmals. Bei anderen Werten ist es ein bisschen... Kannst du mal Tesla machen? Tesla kann ich natürlich machen. Ja. Muss man mal US mit reingeben. Ja, das ist wahrscheinlich... Das ist aber jetzt nicht die Tesla-Option hier drin. Das ist jetzt hier ein bisschen blöd. Technology ist ja das. Und ich muss hier wahrscheinlich auch noch Signale ausstellen und dann noch die Strike-Range ein bisschen hochnehmen, weil wir reden ja hier nicht von 5-Dollar-Aktien. Ich kann mal, ob wir hier was finden. Kann sein, dass wir es finden oder nicht. Ist der... Ist der... Ist der Technology oder wo steht der? Consumer? Nee, Consumer. Ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Oder mal... Ja, dann. Tesla. Also ich kann es jetzt hier nicht so einfach suchen. Das ist genau das, was ich... Ja doch, Consumer Cyclico. Doch. Consumer Cyclico. Da sind die drin. Und dann müsste es so drin sein, wenn es mal... Ah, siehst du? Da gibt es sogar was. Ja. Genau. Aber man sieht hier wirklich eine Wand von Calls obendrauf. Ja, und weil der große grüne Balken, bei wie viel ist der? Der große grüne Balken, der hier, bei um die 130. Ja, 130. Genau. Also so mache ich das hier. Oder andere Strategie, die ich halt sehr gerne fahre, ist einfach meine Strangles. Da brauche ich dann gar nicht groß im Marktmodell schauen, weil ich so und so nur Werte suche, die auch schön in die Seitwärtsphase gehen. Ja, was man natürlich trotzdem sagen muss, beim Strangle ist die Margin ja auch bedeutend höher, als wenn du jetzt Iron Condor nimmst. Ja, ja, das stimmt. Ja, genau. Genau. Dann wird eben auch gesucht, ne, okay, welche Werte bleiben in einer gewissen Range. Hier ist ja seit Januar, ist er nur leicht runtergefallen, bleibt er drin, ist im mittleren Bollinger Band ungefähr der Kurs und dann ist gut. Genau. Markus, schaust du einmal in den Chat, da ist eine Frage an dich gerichtet. Ja. Da wurde gesagt, ach genau, Michael fragt, wie läuft das mit der Signallampe? Die Signallampe, das ist ein eigenprogrammierter Indikator von mir und der ist hier aufgetragen. Das heißt, der geht von minus 10 bis plus 10 und das, was ja typischerweise bei Indikatoren immer der Fall ist, ist, dass die nachlaufend sind. Das heißt, man ist meistens zu spät dran, wenn man Indikator sieht. und hier ist er sogar leicht vorlaufend. Das heißt, ich wollte sehen, wenn ich jetzt hier einen Wert habe, hier geht das nicht gleichzeitig, wenn der im Trend ist, dann ist der Wert der Signallampe normalerweise über 4. geht dann hoch bis maximal 10 und wenn ich bei 10 bin, dann ist es sehr häufig, dass er dann eben wieder nach unten dreht. Das heißt, wenn ich da gerade eine Position offen habe, macht es natürlich Sinn, dann zum Beispiel zu sagen, auch mal vielleicht vorzeitig zu schließen oder ich habe dann noch genug Puffer, je nachdem. In die andere Richtung geht das genauso. Das heißt, bei minus 4, alles drunter ist abwärts gerichtet und in der Mitte ist irgendwo nicht ganz klar definiert. Also sehr, sehr einfach zu verstehen. Und dann ist hier im Prinzip noch die Performance. Das ist immer die relative Performance. Das heißt, gegenüber dem nächstgelegenen Sektor. Zum Beispiel haben wir hier drüber eben den S&P 500 und dann verglichen zum Beispiel, dass der Technologiewert deutlich besser läuft als jetzt der S&P 500. Das sagt diese Zahl aus. Gut. Haffi. Ich habe Michael jetzt geholfen damit. Genau. Und wie die zustande kommen, da sind sehr, sehr viele Indikatoren, die mit reinlaufen. Das genaue Geheimnis mag ich da jetzt auch gar nicht preisgeben. Genau. So. Was? Was wollen wir noch anschauen? Thorsten? Ja, das ist natürlich jetzt wirklich hilfreich. Womit würdest du, wenn wir jetzt doch mal bei dem Thema sind, Substanz schaffen mit der Prämie? Was würdest du jetzt hier aus deinem Potpourri hier empfehlen? Also ich muss ja immer wissen, welche Strategie passt zu mir. Das ist ja ganz wichtig. Das heißt, ich handele ja jetzt auch nicht hier alle Strategien, sondern für mich ist zum Beispiel, ich komme super zurecht mit meinen Cash-Secured-Puts und mit meinen Strangles. Das ist so mein Liebling und das handele ich da Brot-und-Buttermäßig. Das heißt, ich schaue immer, welche Sektoren eignen sich hier genau mit rein und die handele ich dann einfach. Zum Beispiel Basic Materials hat hier eine schöne Korrektur gebildet. Was habe ich da heute entdeckt? Zum Beispiel Steel fand ich heute zum Beispiel einen ganz tollen Trade, habe ich auch glatt gemacht. Also ein kleiner Interessenskonflikt. Ich habe das genauso gehandelt heute. hat wunderbar funktioniert. So weit rein. Bis zum 4.5. oder 4.5. Das sind die Earnings. 4.5. Das sind die Earnings. Ich habe die Zeit ein bisschen angepasst. Das kann ich auch mal machen. Das heißt, ich habe die bis April genommen. Ich habe die April-Option genommen, hier die 21. Genau. Und das ist so gehandelt. Bis zum 23. war es. ist ja wirklich sehr konservativ. Also das muss man schon definitiv jetzt sagen. Es sind 66 Tage die theoretisch und 57 Dollar ohne Gebühr, die man jetzt verdient. Ja. Das fand ich ganz gut. Also so mache ich das zum Beispiel. Und dann sehe ich halt morgen wieder was anderes raus und so. So einen Schritt nach dem anderen. Nachdem wir wachsen sozusagen regelmäßig viele kleine Brötchen. Ja, genau wie du. Ja. Und der Masizia hier im Trade Scanner ist ja die Sucherei sehr überschaubar. Das geht ja sehr schnell. Das heißt, ich brauche hier gar nicht groß drauf achten. Ich sehe hier tief, hoch, tief, hoch, tief und schon hier aufwärts. Dann habe ich hier immer meinen Lila, Blau, Gelb. Das ist mein EMA 200, den 100er und den 50er. Die mag ich immer ganz gern übereinander haben, dass ich sehe, okay, der geht erst mal hoch. Da brauche ich nicht, was wir sehen. Er hat korrigiert von oben nach unten. Kann ich mir auch noch eintragen, wenn ich da ganz scharf drauf bin. wie viel Prozent waren das? Das ist hier in diesen 50 Prozent Retracement Sektorbereich passt wunderbar. Ich sehe meine Open Interest Levels. Klar, ich habe hier oben was, aber ich brauche auch nicht viel, um da hochzukommen und dann meinen Gewinn zu machen. Der brauche ich bloß ein klein wenig nach oben laufen und schon bin ich glücklich. Schlicht. Und hier unten habe ich auch ganz, ganz viel Open Interest, was mich beschützt. Und auch, wie du gesagt hast, hier die Tiefs, da habe ich einen Tief, da habe ich einen Tief, da habe ich einen Tief, alles dran. Mein Ausstieg kann ich auch im Prinzip planen. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier runterrennen würde, dann mache ich hier das immer so, dass ich dann immer sage, okay, egal wie tief er läuft, die 38 Prozent erreicht er normalerweise nochmal zurück. Also im Fibonacci Retracement. Und selbst wenn er jetzt hier runterläuft auf, was weiß ich, an die 20, was durchaus passieren kann. Dann ist, dass ich auf meinen Strike wiederkomme, die Wahrscheinlichkeit ist wieder gegeben. Das ist schon mal gut. Dann weiß ich gleich, was für ein Trade ich gleich machen werde. für mich schon amortisiert. Sehr gut. Perfekt. Aber Markus, was wir hier eigentlich aufzeigen wollten, ist, dass es sehr, sehr einfach sein kann. Wenn man aber weiß, was man will, dann kann es einfach sein. Ja, genau. Wenn man jetzt aber sich noch wenig bis gar nicht damit auskennt, kann es doch schwieriger sein, oder? Absolut. Und einfach so anzufangen und zu sagen, ja, ohne Ausbildung ist natürlich immer eine Schwierigkeit. Ich glaube, deshalb kommst du ja auch mit deinem Club im Spiel, dass du sagst, okay, du nimmst ja auch Leute an die Hand, damit die erstmal das Laufen lernen können und dann die Grundlagen verstehen. Und das ist ja auch so total wichtig. Also, dass du nicht nur juhu, ich kann jetzt hier irgendwelche Trades absetzen, jetzt sieht man mich auch mal, dass ich nicht nur Trades absetzen kann, sondern auch das Ganze mal betreut werde. Gerade wenn es mal schief geht, wie geht man damit um, dass mich einer in die Hand nimmt. Ja, das ist total wichtig, auch den Austausch zu haben. Den Austausch, absolut, absolut wichtig. Weil wir haben jetzt die Möglichkeit, jetzt auch mit deinem Tool Werte zu finden, für die High Probability Trades, aber nichtsdestotrotz, wenn der Trade eröffnet ist, dann hilft die Trade Scanner auch nicht mehr weiter. Da muss man selbst wissen, was man machen muss. Ja, genau. Beziehungsweise, da wird auch noch irgendwann was kommen, dass dann irgendwann im Prinzip gesagt wird, hier Stopp nachziehen oder das machen oder was auch immer. Das ist eine sehr gute Idee, dass man halt dann sagt, ab was für einem Zeitpunkt man Rollen schließen muss, kriegt eine Nachricht und dann sagt der Trade Scanner, guten Morgen, du musst den Trade jetzt verschieben von da nach da. Oder Trade Scanner sagt, für, weiß ich nicht, für USS haben wir jetzt eine Alternative, blim, blim, blim. Also, das sind natürlich alles Möglichkeiten. da hast du noch einiges zu tun in der Zukunft, Markus. weiter an die Kamera. Langeweile wird es noch nicht geben, so schnell. Aber mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß davon abgesehen. Bei Systemen, bei Systemen habe ich, ich bin auch ein Freund von Systemen und von Prozessen, aber viele sagen ja auch, man schafft sich eine Abhängigkeit. Was ist, wenn Trade Scanner mal die Daten nicht liefert? Hast du das schon erlebt? Dass du, dass das Trade Scanner auf einmal Out of Order war? Oder? Ich habe hier alles extrem redundant gebaut. Das heißt, ich habe jetzt, ich habe ein neues Rechenzentrum seit ungefähr Oktober letzten Jahres und bisher noch nicht eine einzige Sekunde mal Out of Order gewesen. Und das, und auch im vorigen System hatte ich da nie irgendwelche Themen, dass da großartig was ausgefallen ist. Klar, ihr kriegt nicht direkt nach Börsenschluss die Daten, sondern das ist irgendwann um 5, 6, 7 morgens fertig. Aber das reicht ja auch für den Optionshändler. Jetzt habe ich doch, habe ich noch eine Frage hier eben per WhatsApp bekommen. Bei dir wird ja auch die Margin angezeigt. Und jetzt fragt hier ein Kollege von mir, die Margin ist doch immer abhängig vom Portfolio. Man hat doch Portfolio Margin in der Regel. Ja, so genau mache ich es dann nicht. Ich mache es dann für den Einzelwert. Ich kann jetzt auch mal, ich mache ja auch hier, ich bin ja auch noch Chefredakteur, weil es mir ja langweilig ist, nee, vom Renditebrief. Aber so schaut das dann praktisch aus, wenn man da so seine Gäste-Cute-Puts handelt, kann das durchaus mal so eine Linie werden. Ist denn der Renditebrief, ich sage es jetzt mal so salopp, einfach nur ein kleiner Auszug aus dem Trade-Scaner? Naja, das ist mehr betreutes Handeln. So kann man es auch sagen, dass ich sage, okay, ich habe hier ein Depot, was auch Teil mein eigenes ist, klar, weil sonst will man mir die Arbeit nicht machen. Im Paper will ich das nicht treiben. Sondern was ich eben mache, ist, dass ich dann sage, okay, ich gebe jetzt hier Trade-Empfehlung ab, mache das und begleite den Trade bis zum Ende. Und das wird auch sauber dokumentiert. Sind das nur Optionen, die du da empfiehlst im Renditebrief oder auch Aktien? Sind nur Optionen. Nur Optionen. Also nur wirklich die klassischen Strategien, Strangle, Cash-Secured-Put und der Bear-Call, wobei immer noch der Cash-Secured-Put einfach die hauptdominierende Strategie ist. Genau. Also wenn man gar keine Ahnung hat, ich empfehle aber auch trotzdem diesen Austausch, weil es auch total super ist. Ja. Also es gibt eben beides. und das liegt ja jedem anders. Der eine ist dann berufstätig, will erstmal an die Hand genommen werden, will dann eine Sicherheit kriegen. Der andere will das selber in die Hand nehmen und dafür ist ja so ein Club erstmal super, um reinzukommen und dann natürlich auch in die Eigenverantwortung reinzukommen und zu sagen, ja, ich setze mich dann mit der Software aus und handel das dann selber. Und die schönsten Sachen finde ich einfach, wenn ich dann, was weiß ich, in Facebook-Gruppen lese, ja, hat jetzt hier eine 140 Trades in Folge gemacht, Profit-Faktor ist zwei irgendwas, das heißt, er verdient richtig, das ist doch das Schönste für mich als Entwickler zu sehen, dass man da richtig Spaß dran hat. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hm. Hast du noch ein paar Präsentationsfolien oder noch? Ja, ich mal hier gerade wie ich wieder auf meinen Monitor komme. Dafür sorge ich, kein Problem. Ah, das ist. Ein Moment. So. Ich habe schon ganz vergessen, dass andere dabei sind. Ich bin auch noch da, ja. Ja, also was, was wir jetzt vielleicht nochmal, also die Möglichkeit, dass wir hier bei FX Flat das hier vortragen dürfen. Das hat natürlich auch einen Grund. Wir sind ja selbst überzeugte FX Flat Kunden und wir wollen auch den Zuseher davon profitieren lassen oder daran partizipieren lassen. Vielleicht sagst du mal kurz was zu deiner Seite. Ja, wir gehen mal kurz hier drauf. Hier sehe ich es. Hier haben wir ein attraktives Angebot. Da geht es ja um den Tradeskiner, richtig? Genau, das ist einmal das Angebot, dass man zum Beispiel die Option und Perlentaucher Strategie zusammen nutzen kann, dass man 10% Rabatt kriegt, wenn man ein neues Konto eröffnet. Das heißt, da hat man den Tradeskiner und diese Perlentaucher Strategie. Ganz genau. Genau, oder man kann dann auch das Options Basic oder Advanced eben buchen oder dann eben die Bundles. Das ist dann egal. Das sind immer dann 10%. Ja, bei mir, also wenn er zu mir kommt, dann biete ich zwei zusätzliche Monate im Club an. Also ich möchte noch kurz dazu erwähnen, dass die Clubanzahl jetzt auch begrenzt ist. Ich bin ja einer, der das halt komplett alleine macht, aber für die Kollegen, die das hier über FX Flat dann buchen, die kriegen definitiv eine Möglichkeit, hier noch zwei Monate die Mitgliedschaft zu verlängern. Also das ist das, was ich hier anbieten kann. Zwei Monate zu den zwölf Monaten, die so eine Clubmitgliedschaft geht. Ganz wichtig. Genau, tolle Sachen. Genau und ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns wieder mal für die Aufmerksamkeit. Also macht mir immer großen Spaß mit dir, Markus, muss ich doch sagen. Und nächstes Mal machen wir mal ein paar Trades, würde ich sagen. Das heißt, wir suchen uns ein paar Trades raus und setzen die dann auch um. Ja, das ist immer mein Vorschlag. Dass wir halt da auch mal sagen, pass mal auf, wir haben jetzt ein System, wir haben die Möglichkeit, wir gucken uns, das bei Tradescanner an und gehen dann in die Handelsplattform TWS und setzen das hier dann auch live um. Genau, das macht ja immer total Sinn. Ja, okidoki. Super. Ja, sehr gut. 28. März ist der nächste Termin. Alle, die heute dabei waren, sind ja auch schon für den nächsten Termin entsprechend registriert und kriegen ja auch kurz vorher dann auch mehrere Benachrichtigungen, falls man den Termin vergessen hat. Von daher wird man an der Stelle nichts verpassen. Ja, ich würde sagen, das ist ja auch eine Punktlandung. Bedanke mich sehr bei euch. Also mir macht es Spaß mit euch und natürlich freue ich mich, dass da entsprechend auch so viele sich für das Thema interessieren und live dabei sind. Natürlich freue ich mich auch, wenn Sie sich jetzt gerade auch die Aufzeichnung anschauen. Die kommt wie immer so schnell wie möglich online. den Link dazu zu dem ersten Teil habe ich bereits in den Chat für alle schon reinkopiert und ich wünsche allen einen schönen Abend, bevor ich auch gleich hier das Wort nochmal zurückgebe und wünsche viel Erfolg diese Woche noch. Passen Sie auf jede Position auf. Ich würde mich freuen, wie Sie das nächste Mal dabei sind und ihr zwei habt sehr gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich für die Aufmerksamkeit. hat auch total viel Spaß gemacht mit dir, Thorsten. Gerne wieder. Machen wir ja auch. Genau. Und auch danke für die Fragen. Macht immer Spaß, dann auch Fragen drin zu haben, dass es nicht ein Monolog von uns oder ein Dialog ist, sondern wir sind ja auch da, dass wir was lernen dabei. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich bedanke mich auch. Also ich bereite mich jetzt langsam auch dem Karneval vor hier in Düsseldorf. Geht es ja ab Donnerstag sozusagen los und ja, ich freue mich dann auf jeden Fall auf den 28. März, wenn wir uns dann hier wiedersehen und danke an alle. Dankeschön und doch wieder.